Zieht es Sadio Mane im Sommer zum FC Chelsea zurück in die Premier League? Information von Transferinsider Pedro Almeida zufolge, soll Chelsea derzeit der Favorit auf eine Mane-Verpflichtung sein. Erste Gespräche zwischen den Klubs soll es dabei bereits am vergangenen Wochenende gegeben haben. Klar ist, Sadio Mane ist wohl einer der heißesten Abschiedskandidaten beim FC Bayern. Nicht nur, dass er nicht eingeschlagen ist, wie er hofft, nein, er kostet dem deutschen Rekordmeister darüber hinaus auch eine unfassbare Menge an Gehalt. Ihn von der Gehaltsliste streichen und dabei noch eine Ablöse im Bereich von 30 Millionen Euro einnehmen zu können, wäre aus Münchner Sicht das Beste, was in dieser Personalie im Sommer passieren kann. Machen wir uns nichts vor. Vor allem mit Blick darauf, dass die Bayern einen neuen Stürmer verpflichten wollen. Denn sollte dieser tatsächlich um die 100 Millionen Euro kosten, dann wird man definitiv Einnahmen generieren müssen. Allerdings gibt es hier dennoch ein Problem und zwar mit dem Financial Fair Play. Der FC Chelsea hat in den vergangenen zwei Transferperioden circa 600 Millionen Euro verbraten. Was im Umkehrschluss natürlich bedeutet, dass die Londoner im Sommer selbst den ein oder anderen Spieler verkaufen müssen, um Raum für Neuverpflichtungen zu schaffen. Aber wenn uns das Financial Fair Play eins gelehrt hat in der Vergangenheit, dann, dass es kein großes Hindernis darstellt. Von daher, wenn Chelsea am Mane dran bleibt, kann das schon was werden. Ein Transfer wäre an der Stelle in meinen Augen übrigens auch eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Denn so würde Mane einen Arbeitgeber finden, der sein Gehalt übernehmen kann in einer Liga, wo er zumindest in der Vergangenheit sehr gute Leistungen gezeigt hat. Und die Bayern würden bei diesem Missverständnis mit einem blauen Auge davon kommen. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich noch abwarten, wie sich diese ganze Geschichte noch weiterentwickeln wird. Und ja, ich werde euch dabei in jedem Fall weiter auf dem Laufenden halten. Bis dahin könnt ihr mir natürlich gerne eure Einschätzung zu dem Ganzen in die Kommentare schreiben. Und ansonsten Freunde, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt am Ball!